Halt, Stopp! Leute, macht nicht solchen Unsinn. Okay, sich ausjocken ist im Allgemeinen extrem stark davon abzuraten. Also wenn du im Training ausgejockt wirst, mach dir keine Sorgen. Meistens passiert nichts Schlimmeres. Aber es lohnt sich nicht. Es ist nichts Gesundes. Es ist eher ungesund als gesund und es sollte vermieden werden. Jedes Mal, wenn du ohnmächtig wirst, basierend auf Asfixation oder basierend insgesamt auf Sauerstoffverlust im Gehirn, ist das ungesund. Gehirnzellen sterben ab. Dein Gehirn braucht Zeit, sich zu regenerieren. Kann das nur begrenzt zu einem gewissen Mass für eine gewisse Zeit. So wie du schreibst, bist du wahrscheinlich noch im Wachstum und hast, entsprechend solltest du noch ziemlich gut auch auf dein Gehirn aufpassen. Also es lohnt sich nicht. Es gibt hier nichts zu gewinnen. Und es gibt nur was zu verlieren. Im schlimmsten Falle kann es nämlich auch gesundheitsgefährlich sein. Also absolut unbedingt nicht machen.